Wiener Weiler, mein Name ist ja, Herr Stenke, hätte ich gerne gesprochen. Ja, das ist bei Telefon, guten Tag, junge Frau. Grüße Sie, Herr Stenke, von der Online-Verbindungsagentur melde ich mich, und zwar Ihre Rufnummer, die wurde bei einem Großunternehmen ausgelost, und dadurch haben Sie jetzt zwei Reisen im Wert von ca. 800 Euro, so wie ein Preis im Wert von mindestens 500 Euro gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Oh Gott, danke, danke schön, vielen Dank. Das ist Auslosung, so etwas wie Lotto? Nein, das ist kein Lotto, ich erkläre Ihnen mal. Ja, danke. Das Ganze kommt über diverse Veranstaltungen, von Großunternehmen zustande, bei welchen Sie sich mal in der Vergangenheit beteiligt und eingetragen haben, also wenn Sie mal irgendwo was bestellt haben, eine Mitgliedschaft abgeschlossen, oder sich über das Internet registriert, hatten Sie eine Teilnahmebedingung akzeptiert, und damit haben Sie automatisch recht, auch bei dieser Verlosen dabei zu sein. Oh cool, das ist sehr gut. Sie bekommen jetzt in diesem Zusammenhang, Herr Becker, eine 4-tägige Flugreise nach Baltikum und eine 4-tägige Flugreise nach Venedig, die sind für jeweils zwei Personen, da ist Transfer schon dabei, Hin- und Zurückflug, Übernachtung und Frühstück, alles kostenfrei, beide Reisen haben auch eine unbefristete Gültigkeit, sind übertragbar, also wenn Sie möchten, können Sie diese Reisen auch weiter verschenken oder auch verkaufen. Nein, 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 nein. Das ist Ihnen... Nein, nein, das werde ich selber behalten. Okay, wenn Sie das behalten, können Sie das Datum selber bestimmen, wann Sie dorthin gehen möchten, Sie sind jederzeit und jahrelang auch gültig. Ja, können wir das bei Weihnachten machen, weil ich das nix mag, mit das ganze Menschen so verrückt spielen bei Weihnachten. Können wir das da machen? Okay, genau, da können Sie Weihnachten hinfliegen, ist kein Problem. Oh, super. Folgende Daten liegen vor mir, Sie wohnen in Mariendorfer Darm 179 in 12107 Berlin, stimmt die Adresse noch? Ja, Berlin, genau, Spandorf. Okay. Tempelhof, Entschuldigung. Ich habe kein Problem, hier steht Berlin sowieso nur. Ja? Sie sind geboren am 1.9.1981. Jawohl, jawohl, das ist meine Geburtstagung. Super. Diese beiden Reisen bekommen Sie in den nächsten Tagen mit der Post an Ihre Anschrift zugesendet. No. Außer diesen beiden Reisen bekommen Sie auch noch den zweiten Preis in März von mindestens 500 Euro. Sie sind bei dieser Verlosung. Einer von fünf Glücklichen ist hier. Die bekommen die 500 Euro in Wahl überwiesen. Einer davon bekommt eine acht-tägige Flugreise in die Türkei nach Antalya und Kapadokien. Hat auch einen Wert von ca. 800 Euro. Ja. Können Sie auch eine Person kostenfrei mitnehmen. Ja. Bis auch mit Übernachtung und Frühstück. Ja, junge Frau, das ist richtig verstanden. Dass noch vier andere Leute in Kriegen. Ja, Sie bekommen diese zwei Flugreisen, die sind 100%. Dann bekommen Sie noch einen zweiten Preis. Ja. Da bekommen Sie entweder 80%, die 500 Euro auf Ihre Konto überwiesen. Ja, ja. Nur zu 20% Türkei reisen. Genau, Sie bekommen beides. Ja, aber ich muss jetzt nichts mit das, muss ich mit das andere Leute bei Urlaub machen oder eigene Urlaub machen? Nein, 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 das ist eigene Urlaub. Ach so. Nein, ich wollte auch nichts mit fremden Leuten Urlaub machen. Nicht so. Nein, bloß nicht. Nichts gut. Aber sehr gut. Sehr gut. Sie können eine Person aber mitnehmen. Zum Beispiel Freundin können Sie mitnehmen. Meine Frau? Genau, Ihre Frau. Freundin? Okay. Ja, wenn Sie wollen, Frau, Freundin, lieber die Frau. Okay. Alles, was ich Ihnen jetzt hier am Telefon erkläre, bekommen Sie in schriftlicher Form bestätigt, Das ist Ihre Garantie und Ihre Sicherheit. Und bei Fragen können Sie uns über unsere Kontaktdaten in den Unterlagen von Montag bis Freitag zwischen 10 bis 17 Uhr jederzeit erreichen. Lena Weiler ist mein Name. Ja, okay. Diesen zweiten Preis, Herr Banker, die 500 Euro, die bekommen Sie dann aus separat der Banküberweisung überwiesen. Auf welche Bankverbindung möchten Sie Ihren zweiten Preis? Also mit welcher Bank arbeiten Sie? Äh, jetzt also Reises kriegen, noch Einreises kriegen, Geld kriegen und noch Einreise bekommen. Reit? Nein, nein. Sie bekommen zwei Flugreise, Baltikum und Venedig. Ja, ja. Dann bekommen Sie zu 80% die 500 Euro oder die Türkei-Reise. Wo ist Baltikum? Wo ist denn? Was ist das? Das ist Osteuropa, das ist Litauen, Lettland, Estland. Auch Russland? Kann man Russland machen? Genau, also das ist ja Alt-Russland. Also Moskau angucken, ja? Kann man machen? Also ja, wenn Sie dann extra in den Bus einsteigen, können Sie auch nach Moskau fahren. Aber nichts mit Flugzeugen bei Moskau kommen? Nein, nein, nein. Sie fliegen nach Baltikum. Also ins Baltikum fliegen Sie. Und was waren denn das Länder? Was kann man da gucken? Estland, Litauen und, ähm, was war es noch? Estland, Litauen und Lettland. Und was, äh, welchen das beste, äh, Tourismus geben? Welche beste Land machen? Sie gehen in drei Länder. Also sie gehen, die fahren in die drei durch. Also Litauen, Lettland, Estland, das sind kleine Orte. Und sie gehen in die drei. Also in die drei. Also das Kaffeefahrt machen? Nein, das ist keine Kaffeefahrt. Das sind hochwertige Flugreifen. Aber Sie mit Bus sagen? Also da ist ein Hotel dabei. Nein, nein, wenn Sie nach Moskau wollen, können Sie mit Bus. Aber nach Baltikum fliegen Sie. Okay. Und wo das, äh, Berlin, Hamburg, Stuttgart, welchen Flughafen? Das können Sie selber auswählen. In Berlin, nach, äh, von Berlin können Sie, äh, abfliegen. Das ist gut. Sie fliegen mit Lufthansa, Visa, Rhein-Air oder Air-Boltik. Das ist gut, weil kann ich nichts bei Hamburg Stadtverbot haben. Kann ich nichts bei Hamburg fliegen? Nein, den, äh, also den Abflughafen in Deutschland können Sie selbst auswählen. Es wird auch ein deutscher Reisebegleiter vor Ort sein, wenn Sie möchten. Ein was, bitte? Ein deutscher Reisebegleiter. Also das, äh, wenn Sie zum Beispiel, weil Sie sich vielleicht nicht so gut dort auskennen, wird ein deutscher Reisebegleiter sein, der Ihnen dann weiterhilft, wenn Sie möchten. Oh, also das, äh, Tourismusmanager? Genau, genau, stimmt. Oh, das ist sehr, aber das ist nichts bei Hotel bei mir schlafen. Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Sie schlafen dann auch dort im Hotel mit Ihrer Frau oder Freundin. Ja, ähm, kennen Sie, ich habe das mal ein, bei, äh, Fernseher, ja, ein Mann bei Straße Interviewmacher zu Walledienstag. Sie kennen Walledienstag? Natürlich. Ja, und er sagt zu eines Mann bei der Straße, was möchten Sie Ihres Frau oder Freundin wünschen? Und dann sagt der Mann, dass die beiden sich nicht kennenlernen. Dass die beiden sich nicht? Kennenlernen. Äh, warum denn nicht? Na, denn Frau und denn Freundin, das soll ich jetzt nichts kennenlernen, weil es uns Kampf geben. Ach so. Das ist wie Bärenkampf bei, bei Russland, ganz gefährliche Sachen. Na, natürlich. Das nix gut. Also soll ja auch nicht sein. Soll ja auch nicht sein, Freundin oder Frau. Soll nur Freundin oder nur Frau sein. Und ja, die können drei Frauen. Oh. Okay. Ja. Ja, wenn sie so viel Geld haben. Ja, natürlich. Nein, wenn sie so viel Geld haben, dass die, äh, dass sie auch die Frauen, wie gesagt, alles leisten können, jetzt ist ja kein Problem. Ja, ihr könnt. Also für mich wäre es ein, für mich wäre es ein Problem, aber wenn, für das ihre Frauen kein Problem ist. Nein, das ist ja alle bei ihr Leben. Wir haben Ziegenfarm, das viel Geld geben. Mhm. Können Sie Ziegenfarm? Super. Nein. Ziege. Boot. Ziege, also Ziege. Ziege. Ziegefahren. Ziegefahren. Wenn Sie mal, weil Sie, Sie mir, äh, gut Reise geben, Sie nicht die junge Frau. Wenn Sie mal brauchen für ein, äh, Hochzeit oder für, äh, Party, ein Ziegebock, Sie können mir anrufen. Ich werde Sie geben. Okay, für Hochzeit ein Ziegebock. Ja, zu schlachten. Ich werde Sie gute Preise geben. Ach, schlachten. Okay. Ja, das ist nix geschenkt, das soll man essen oder Ausstopfung machen. Achso. 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 Wo ist das, das ist bei Hannover, Hannover, Hannover. Das ist da unten, ne? Weiter unten. Genau. Das ist sehr gut. Also... Und bei Hannover, man kann kein Ziege bei Hochzeit nehmen? Äh, nee, bei uns nicht. Oh Gott. Aber ich kann ja... Äh, verboten denke ich nicht. Also jeder kann ja das machen, was er möchte. Auch Ziege schlachten. Mhm. Ich weiß nicht, ich denke schon. Das ist so. Okay. Ich freue mich sehr, der Jubel. Okay. Können wir zu den Preisen zurückkommen? Ja, in Gp. Äh, diese 500 Euro bekommen Sie ja überwiesen. Da bräuchte ich einmal Ihre Bankverbindung. Ja. Dann einmal Ihre IBAN oder Kontinummer Bankleiter, bitte. Ja, können wir Paypal machen? Äh, per Paypal arbeiten wir nicht. Wir arbeiten mit dem SEPA-Lastschriftverfahren zusammen. Die dickeste Zahlungs- und Überweisungsmethode in ganz Europa. SEPA-Lastschriftverfahren. Das bedeutet, dass man ohne Ihre Genehmigung von eurem Kontin nicht mal einen Cent abziehen kann, dass man Ihnen nur Geld überweisen kann. Ja, und was soll kosten? Wie viel muss ich bezahlen? Nein, nein. Wir haben den Preis 500 Euro gewonnen. Das wird Ihnen überwiesen. Also bei meinem Konto nehmen? Auf dem Konto. Nein, es wird auf Ihr Konto überwiesen. Und dann... Man kann nichts von Ihrem Konto nehmen. Und dann Flugticket kommen? Also Sie, ja, genau, Sie kommen in den nächsten 7-10 Werktang, die zwei Flugreisen schon zugesendet. Ja, und das andere Reisen dann 500 Euro per Kosten. Genau, dann bekommen Sie den zweiten Preis. Entweder Sie bekommen zu 80% die 500 Euro auf Ihr Konto überwiesen oder zu 20% die Türkei-Reise. Die bekommt aber nur eine, weil die ist ja viel, viel mehr wert. Was, ein Türkei-Reise bezahlen, dann 500 Euro per bei Antalya bringen. Wie bitte? Hallo? Nein, das habe ich nicht ganz verstanden, was Sie damit meinen. Ja, ich auch nicht. Also Sie können 500 Euro per geben und dann bei Antalya Urlaub machen. Nein, nein, Sie bekommen den zweiten Preis 500 Euro auf Ihr Konto überwiesen, weil Sie das gewonnen haben. Achso, Sie Geld bei meiner geben. Ja. 500 Euro per? Ja, auf Ihr Konto überwiesen. Und das Reisen, wann das, also drei Reisen dann haben oder zwei Reisen bei einer Reise bei Antalya? Nein, Sie bekommen die zwei Flugreise, Baltikum und Venedig. Und dann bekommen Sie den zweiten Preis 500 Euro überwiesen. Ja. Oder die achtjährige Flugreise in die Türkei. Da ich gerade die Vorarbeit für die Kontrollabteilung mache, trage ich hier alles ein. Nachdem wir aufgelegt haben, bekommen Sie einen Kontrollanruf, die nochmals meine Arbeit überprüft. Arbeit? Oder Urlaub? Meine, ja. Aha, jetzt habe ich jetzt nichts verstanden. Meine Arbeit wird ja überprüft. Ich erkläre Ihnen das dann später nochmal, wenn wir die Bankdaten eingetragen haben. Okay. Das ist Postbank? Ja. Ja. Saarbrücken? Ja. Ja, können Sie da geben? Das ist Rajesh Banker. Dann entweder Ihre Konto oder Bankleitzahl, Kontonummer oder Bankleitzahl oder die IBAN, die reicht auch aus. Was ist sicherer? Das ist beide das Gleiche. In IBAN steht sowieso Bankleitzahl, Kontonummer drin. IBAN? Ja. Möchten Sie mit denen reden? Nein, ich möchte Ihre IBAN-Nummer hier eintragen. Oh Gott, ich nix verstehen, was Sie meinen. Ihre Kontonummer und Bankleitzahl möchte ich hier eintragen. Ja, die Postbank Saarbrücken. Ja, und jetzt... Siegfried, Anton, Anton, Rickard, Bertha, Rücken, äh, gibt ein Wort mit Ü, über den Mund? Saarbrücken, mit den Brücken. Ja, und jetzt die Rekordnummer bitte. Ja, das... Hallo? Ja, ich höre, ich schreibe auf. Ja, was Sie schreiben? 888. Ja, sieben. Ja. Eins, zwei. Ja. Sieben, sieben, sechs. Ja, ich wiederhole. 888. Sieben, eins, drei, sieben, sieben, sechs. Right. Haben Sie auch eine Bank... Haben Sie auch eine Bankleitzahl? Was soll man machen? Haben Sie eine Bankleitzahl von der Postbank Saarbrücken? Äh, ja. Ja? Ja, soll ich, soll ich, muss ich Sie, äh, das sagen? Ja, ich höre. Was denn? Die Post, äh, die Bankleitzahl von der Postbank Saarbrücken. Ja. 5,9? 5,9? 0,1. 0,1. 0,0. 0,0. 6,6, Benchert. 6,6, Moment. Right. Teddy, Markie, zu. Ich wiederhole nochmal die Kontenummer, weil da habe ich, glaube ich, das Falsch ist eingetragen. Da passt sie dir, eh. Right. 8,8, 8, 7, 1, 3, 7, 7, 6. Stimmt die Kontenummer? Können Sie nochmal sagen, meine Sohn Grattenhause gekommen? 8,8, 7, 1, 3, 7, 7, 6. Ne, 3 mal Akkede, 3 mal den Akkede, ne. 3 mal 8? 3 mal Akkede. 7,1, 3, 7, 7, 6. Stimmt das? Right, right. Okay, Moment mal, das muss ich kurz überprüfen lassen. Wird das Kontrolle machen? Die Polizei? Ja. Nein, die Kontrolle macht meine Vorgesetzte, weil mir im System zeigt die Kontonummer ungültig. Ich lasse das kurz meine Vorgesetzten überprüfen. Moment. Bin gleich wieder zurück. Eine Sekunde. Sehr, du magst die Schütt. Ich lasse das. Okay. 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 Well, okay. 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 Herr Benker, ich bin jetzt wieder zurück. Oh Gott, jetzt warum so Menschen da so schreien. Mein Kopf geht kaputt. Okay, wir sind ja in der Agentur, wir vermitteln bundesweit Preise von Verlusten. Herr Benker, das sind jetzt Preise in März von 1.300 Euro, die Sie im Gesamten gewonnen haben. Diese zwei Flugreisen und dieser zweite Preis. Und wie Sie wissen, wenn man in Deutschland etwas gewinnt, liegen an allen Gewinnen Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren, die normalerweise die Gewinner selber zahlen müssen. Da aber kein Gewinner 425 Euro Gebühren bezahlen würde, haben wir einen Sponsor beauftragt. So viel bezahlen? Nein, ein Sponsor bezahlt das für Sie. Und Sie bekommen dann drei Wochen nach Erhalt Ihren Preisen nur für ein Jahr eine Zeitschrift Ihrer Wahl. Und dann können Ihre Preise ohne weiteren Kosten an Sie ausgeschüttet werden. In welche Richtung lesen Sie denn gerne? Welche Zeitschriften sollen wir als Sponsor für Sie eintragen? Landkarte? Nein, Landkarte haben wir nicht. Die haben Fernseherzeitschriften, Nachrichtezeitschriften, Frauenzeitschriften, Technik, Sport, Finanzen, Lifestyle. Finanzen, sehr gut. Finanzen, Management? Finanzen. Für Ziegenbocken, right? Ja, da gibt es einmal Börse online, Euro am Sonntag, Fokus Money. Habe Sie auch das Börse offline? Börse online gibt es hier. Offline? Offline? Nein, das haben wir nicht. Mother, oh, dann habe Sie für Garten? Die Gartenzeitschriften gibt es doch gar nicht. Für Garten haben wir leider nicht. Also Fernseherzeitschriften, Damenzeitschriften, Lifestyle. Lifestyle, Lifestyle ist sehr gut. Punjabi MC. Da gibt es einmal OK, In das Stars und Style Magazin, Gratia Gala, In das Stars und Style Magazin, Gratia Gala Bunte. Habe Sie Gong? Gong, Fernseherzeitschrift haben wir auch. Was bei Sie kosten? Meine Frau immer bei Laden kaufen und immer vergessen. Gong ist eine wöchentliche Ausgabe, die kostet für 6 Monate 57,20 Euro, da Sie aber 2 Monate gratis bekommen, wird das nochmal verrechnet, das wird nochmal günstiger für Sie. Oh, sehr gut. Und jetzt eine Reise schenken, Zeitung kaufen? Nein, Sie bekommen jetzt erst in den nächsten 7 bis 10 Werktagen Ihre zwei Flugreisen mit den kompletten Unterlagen zugesendet. Erst 3 Wochen später bekommen Sie Zeitschrift. Erst 3 Wochen später bezahlen Sie. Das bedeutet, dass Sie in diesen 3 Wochen genügend Zeit haben, erstmal alles in Ruhe durchzulesen. Und wie gesagt, diese Zeitschrift bezahlt für Sie alle Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren. Deswegen ist das kein normales Abo, also kein normales Zeitschriften-Abo. Das ist nur für ein Jahr. Sie haben zwei Monate gratis und Sie würden nur zweimal minimale Beiträge zahlen, nicht mehr. Okay. Warum? Genau. Damit die Zeitschrift für Sie die Vermittlungs- und Bearbeitungsgebühren zahlen kann. Aber warum die Geld verschenken? Die wollen doch Geld verdienen oder nichts? Die verschenken Ihnen kein Geld. Ja doch, wenn die die Steuern bezahlen. Ja, die bezahlen die Steuern, damit sie für ein Jahr die Zeitschrift beziehen. Nicht mehr. Kann ich Sie meiner Sohn geben? Ich bin nichts verstehen. Okay. Ja. Hallo. Hallo, schönen guten Tag, Lena Weile. Mein Name? Ja, hallo. Hier ist der Dorian. Ich soll übersetzen. Mein Vater hat das nicht verstanden. Was hat er nicht ganz verstanden? Der hat gesagt, er weiß gar nicht mehr, um was das geht. Da war irgendwas mit einer Reise und jetzt doch wieder nicht. Wir reden mit ihm seit 35 Minuten fast und er hat nicht verstanden, worum es geht. Okay. Also der hat sich selbst eingetragen, entweder bei einer Bestellung, Mitgliedschaft oder wenn er sich mal übers Internet registriert hat, hat er irgendwo eine Teilnahme akzeptiert. Also ein Kleingedrucktes, wo er sich auch eingetragen hat und uns ein Anrufeinverständnis erteilt hat. Ja, das macht er öfter mal. Da rufen andauernd Leute an. Da er sich eingetragen hat. Im Kleingedruckten steht, dass er bei Verlosen dabei sein möchte. Ach so. Und er bekommt jetzt in diesem Zusammenhang einen 4-tägigen Flugkreis nach Baltikum und einen 4-tägigen Flugkreis nach Venedig. Oh, hat er endlich mal was gewonnen? Weil sonst rufen hier immer Leute an, die Hundefutter und Strom verkaufen wollen. Der hat echt was gewonnen. Hundefutter. Strom. Ja, darum rufen die Leute sonst immer an. Das ist die nächste Worte. Ist so. Das ist komisch. Gleich zum ersten Mal. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich ihm gesagt, er bekommt alles schriftlich zugesendet. Jetzt in den nächsten, wie ein bisschen mehr Tagen mit seinen zwei Flugkreisen. Ja. Dann hat er noch gewonnen. Zweiten Preis für mindestens 500 Euro. Den bekommt er auch zugesendet. Den bekommt er überwiesen. Hast du das verstanden, Papa? Du hast eine Reise gewonnen und Geld. Tut mir leid, dass ich das immer kritisiert habe. Mach weiter so. Ja, Entschuldigung. Ich habe das nur kurz erzählt. Ja, aber er versteht sie sehr gut anscheinend. Mich hat er nicht verstanden. Ja, Ihre Leitung ist auch ziemlich schlecht, muss ich sagen. Hm. Okay. Wo sitzen Sie denn? Ähm, Moment mal. Sind Sie in Antalya? Ich bin gleich... Nein. Wir sind aus Hannover. Moment mal. Ja. Kurzen Moment. So. Ähm, ich habe gerade mit meinem Vorgesetzten gesprochen. Ja. Ähm, dem klingt das nämlich alles ein bisschen komisch vor. Dann hat er gesagt, wir schicken am besten eine Anzeige an den Mariendorfer Damm 170 in Nacht Berlin, ja? Auf Wiederhören. Und da ist das dann alles drin, oder wie? Blöd, scheiß Telefonbetrüger. Schön viel Zeit gestohlen, in diesem Dreckspack. Schöne Sache, schöne Sache. Ja, schick mal die Anzeige zum Mariendorfer Damm 179. Mach das mal, meine Freunde. Ihr dürft auch gerne mal wieder anrufen, ich freue mich da drauf. Blöd. Arschlöcher.